Das ist das falsche Attribut, Mikro. Das Falsche. Fertig. Yeah, ich habe Stärke gelernt. Falsches Attribut. Feuer Stufe 1. Oh, Feuer hat die nächste Stufe erreicht. MP und Magie gestiegen. Yeah. Geht doch, Mikro, geht doch. Aua. Feuer Stufe 2. Gut. Toll, voll daneben. Ja. Was kann das Haus da unten, wo keine Wache davor steht? Aber Hörnissen. Was ist nicht der Mensch? Muss einfach nichts können. Ran kann einfach alles. Ich komme nicht mal zum Angreifen. Hallo? Ist man zu Hause? Nein? Ist hier wenigstens Loot? Nein? Schade. Nicht mal Loot. Völlig umsonst hier. Gemein. Da komme ich nicht rein. Da steht eine Wache davor. Yeah, intelligent. Mikro wird voll intelligentlich. Ich denke, es steht auch einer vor der Tür. Das ist doof. Wow. Darf ich den Hut mitnehmen? Stört eh keinen. Hier ist niemand. Schade. Darf nicht. Das würde mich jetzt nicht beschweren oder so, ne? Was mache ich hier eigentlich? Ja. Oh, na, na. Hier ist auch niemand. Gib mir die Waffen. Leveln. Ah, okay. War gut. Der steht da halt einfach auch im Weg. Ich glaube, ich sollte in die Burg und nicht in die Stadt. Ich glaube, ich sollte in die Burg und nicht in die Burg. Hey, Mikro. Deine Mana geht so lange, gell? Lp, Stärke, Lp, Magie, wuhu! Kranzi, da ist es halt der Schmerz. Ich weiß noch, das kennst du nicht, aber das nennt man so. Was? 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 Level? Könnt ihr selbst? Nein! Verdammt! Lp, 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 L Oh, so was ich will. Nooo, Mikro hat kein Mann und mehr. Das war normal, glaube ich. Glitzer. Glitzer. Aber hey. Als Magier hat Mikro aktuell mehr Leben als Ren. Krass, oder? Yeah, ein Pimaki. Ich schaff das, wir fahren draußen. Sooo, alle geheilt. Hat Rang mal dreimal angegriffen? Was darfst du denn? Er macht immer alles allein. Hinten. Und raus hier. Bin ich in die Burg? Yeah, Schloss Fiender hat geschaffen. Ich wollte nicht raus. Ich will nicht raus. Ich will da hier seitlich an der Mauer entlang laufen. Ich darf nicht. Komm mal ein Spinn. Gemein. Gemein, 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 gemein. So, ist das eine Karte? Oh, guck mal eine Karte. Wir waren noch nicht in der Kneipe, ne? Nein. Ich will doch nur an der Mauer lang laufen. Brand. Ich werde so blöd für dieses Spiel. Steht da wer vor der Kneipe? Ich weiß das gar nicht. Bei den meisten Gebäuden steht mir halt einfach irgendwie ein Bild. Ne, vor der Kneipe ist keiner. Und der komische Typ doch. Ich gucke, ob ich mal außen rum kann. Ansonsten spreche ich mal die Typen da an. Ich bin so cheapy. Oh, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wir sagen nein. Wir sind ein gutes Tier. Nein. Attacke! Ich will daran essen. Ich würde mal sagen, Heilung braucht noch keiner. Yeah, LP. Entschuldigung. Nein. Doch, ich geh. Ja, die Kneipe! Yeah! Guten Tag! Hey, Herr Wirt! Hey! Hey! Hey, hey, hey! Nur der Wirtdorf hinter den Tresen! Wernt euch der Imperator gar keine Manieren! Wildrose! Oh, ihr gehört zu den Rebellen! Ja, schreist bitte noch lauter! Sag das doch gleich! Hinter der Wand existiert ein schmaler Geheimgang. Im hinteren Raum liegt einer der Euren. Er ist schlimm verwundet. Oh nein, Blob! Was ich jetzt mache? Ich hab die Schnauze voll. Ihr übernehmt den Schuppen hier und ich verdufte. Ja! Ich hab ne Kneipe bekommen! Wuhu! Guck mal mehr! Dober ist der Geheimgang. Wann es jetzt wird? Ja. Ich hab vergessen, wo der Geheimgang ist. Speicherei. Yo, speichern! Hey! Krümmeln! Och, verdammt. Gut, ich habe gespeichert. Ah, ich habe mein Finger eingequetscht. Ah, das hat mir getan. Schmerz. 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 Oha. Schmerz. Oh, mein Finger. Oha. Oh, schön, wenn der Schmerz noch ist. Der lässt nicht noch. Oha. Neu ist schon wieder tot. Ich lade. Könnte ich laden? Ich beende dich. Ach, ich weiß nicht, wie ich beende dich. Vielleicht bin ich noch zum Tickelbüscher. Ah, mein Finger. Hier ist schon der Speicherstand. Au. Aua. Ich habe meinen Kopf im Tresen. Das war eben schon eins, aber doppelt hält besser. Hat sich einer von euch gemerkt, wo der Geheingang ist? Ach so, einfach da. Oh, 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 oh. Ja. Gefunden. Oha, Loot. Potion erhalten. Potion erhalten. Potion erhalten. Oh, das ist nicht bloß. Ihr wollt mich an den Imperator verkaufen? Seid gnädig und tötet mich vorher. Lasst mich in Ehre sterben. Was ist die Ehre? Hildrose? Ihr gehört zu den Rebellen. Verzeiht mein schroffes Verhalten. Ich bin Scott, Prinz von Kashyuan. Ihr seid Prinz Scott. Man erzählte uns, ihr werdet im Kampf gefallen. Ihr lebt also. Ja, aber meine Zeit ist bald gekommen. Ich habe eine letzte Bitte. Richtet mein Bruder Gordon aus, dass er an seine Stärken glauben soll. Er soll sich keine Vorwürfe machen. Und berichtet den König von Finn, dass der Verrat des Grafen Borgin Finn zu Fall gebracht hat. Der Graf ist mittlerweile General der imperialen Streitkräfte. Und Hilda, dass ich sie für immer liebe. Er ist Hilda. Nein, wartet. Vergiss das, ihm gesagt. Die Liebeserklärung eines Sterbenden wird sie nicht glücklich machen. Prinz Scott, wir suchen meinen Bruder Blocken. Ich muss dich enttäuschen. Der Name sagt mir nichts. Hier, nehmt diesen Ring. Er wird euch nützlich sein. Das lange Reden hat mich müde gemacht. Lasst mich ein wenig ausruhen. Also ausruhen sieht aber anders aus. Scots Ringe halten. Ehren sind Getreide. Ah, ich glaube, die werden aber anders geschrieben. Komm rüber im Mikro, dann kommst du eins. Ich bin Wirt, kein Lieferdienst. Ich glaube, der ist tot. Ciao. Ciao. Ich schwöre, ich war es nicht. Bedient euch selbst. Ciao. Bedient doch nicht die Imperiale Armee. Ich bin doch nicht blöd. Au. Von Essen. Mein Finger tut immer noch weh. Ich hab mir ja jetzt noch ein bisschen rum. Mein auer Finger. Wie lange hat der Gasthaus geöffnet? Oh, gut, frage ran. Ich bin mir ja jetzt noch ein bisschen rum. Ich bin ja jetzt noch ein bisschen rum. Ich weiß nicht, wie viel mehr da ist. Ich hoffe, das wird nicht blöd. Nein, das ist wahrscheinlich nicht. Das ist heil. Heil meine Finger. Jammer, jammer, jammer. Mikro, Stab und Schild ist gestiegen. Der Finger hat einfach voll zwischen Tischkante und Stuhlagel klemmt. Die Spitze vom Finger ist mit dem kompletten Fingernagel. Oh, wieder hat die nächste Stufe erreicht. Oh, Koblenz. Attacke! Koblenz ist so schwach. So was gibt's? Nagelknützer. Was? Ich knipse mir doch nicht den kompletten Babel weg. Moment, wird keiner mehr. Hier ist mal, hier ist zu. Ah, Pansy. Ich geh eine Runde pennen. Oder? Ich geb erst Geld aus. Hallo. Guten Tag. Ich bin hier im falschen Dorf, ne? Ich muss weiter nach Süden. Und dann kriegt Blub noch einen Zauber. Äh, Mikrofilm. Entschuldigung. Blub ist ja gar nicht da. Der wurde ja enthört. Attacken! Attacke! Da, 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 da! Es ist aber kalt draußen, nimm eine Decke mit. Ich habe schon erwähnt, dass ich keine Lust habe, morgen zu arbeiten. So, ich bin zurück. Will neue Zauber? Nein, das ist nicht, erzähl mal. Ich habe keinen Bock, morgen zu arbeiten. Ich habe keine Lust, morgen früh aufzustehen. Ah. Ah. Wäre es nicht eigentlich voll gut, wenn einfach jeder Vita könnte von uns? So, Mikro, ja. Mikro, ja. So. Deshalb kann ich keinem glauben. Krass, oder? Ich werde für nächste Woche übrigens keinen Streamplan ankündigen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich es schaffe, zu streamen. So. Ich hätte gerne nichts, Peter. Danke. Jetzt gehe ich pennen. Gute Nacht. Da lasst du mich mal überraschen. Ja, ich mich auch. 52 Kil, alter. Sa. shocking. Ich habe mich Maschen hier in die Welt.